Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem weiteren Red Dead Redemption 2 Video. Und zwar wollen wir den verschollenen Waggon finden. Der muss hier oben irgendwo sein. Ich habe da auf einer Webseite ein paar Bilder gesehen und ein bisschen Text gelesen. Ich bin jetzt mal hier hergeritten. Hier oben ist der König. So, ich suche mal raus. Also könnt ihr schon ziemlich früh von der Story her hin. Hier ist das erste Camp. Eigentlich, ich habe ja schon eine zweite. Und dann hier oben, also zwischen A und R, so Bahnschienen. Und den müssen wir jetzt suchen. Achso, ich bin noch im Kino-Modus. Ich glaube, ich bin so ja hier richtig. Da seht ihr auch die Wasser-Dinger. Ich gehe mal, wo ist denn? Achso, ich bin weg von den Bahnschienen. Die Bahnschienen sind hier. Irgendwo. Da. Achso, genau, das ist der Tunnel. Hier ist der Tunnel. Deswegen sehen wir den Zug nicht. Ich stehe genau auf dem Tunnel drauf, sozusagen. Da haben wir die Goldbarren her. Und wir müssen jetzt hier runter. Und... Doch, 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 hier war es genau. Hoppala. Und, genau. Hier müsste er lang, aber vorsichtig. Nicht, dass er so weit runterrutscht. So. Sowas halt nicht. Weil wir müssen da drauf stehen bleiben. Jetzt müssen wir hier erstmal wieder zurück. Weil sonst klappt das Ganze nicht. Ach Gott. Gut. Also gehen wir hier lang. Dann... Hier geht es ja nicht hoch. Wir müssen dann auf der anderen Seite. Mal gucken, dass wir hier irgendwie wieder da hochkommen. So. Oh, fuck. Ja, nur teile. Fallig noch weiter. Aber hier geht es auch hoch. Oder auch nicht. Mist. So, jetzt aber. Ihr seht, es klappt bei mir auch nicht alles beim ersten Mal. So, dann werden wir heute mal mit ducken versuchen. Wirklich ganz minimal müsste davor ranieren. Irgendwann rutscht er auch. Aber er darf nicht komplett runterrutschen. Genau. Wartet mal. Ich mach mal hier sicher selber mal ein Savegame. Falls ich sterbe. Nicht, dass ich hier so weit wieder weg gespawnt werde. Ach, ich hab sogar zwei Savegames. Jetzt machen wir mal ein neues. So. Dann... Hier müsst ihr rechts lang. Dann empfehle ich euch. So standet da. Hier duckt laufen. Weil man dann nicht so schnell läuft. Und man kann hier schnell abrutschen. Wir müssen dann hier einmal lang. Das ist normal. Da kriegt ihr ein bisschen Sturzschaden. Eventuell. Ich hab jetzt keine gekriegt. So, dann hier einmal rauf. Dann wieder ducken. Müssen wir hier wieder rum. Und wie gesagt, am besten ist es mit ducken. Weil ihr da nicht so schnell lauft. Weil ihr da nicht so schnell lauft. Und hier... Hoppala. Aber macht nichts. Also wenn er da rüber springt, kommt er hier vorne an. Dann kriegt er keinen Sturzschaden. Und da seht ihr schon den verschollenen Waggon. Ich mach mal noch ein Savepoint. Dann müssen wir nämlich auch rüber springen. Zack. So, dann speichern wir das hier nochmal sicherheitshalber ab. Spiel. Ich bin nämlich eben auch abgerutscht. So, dann haben wir hier einmal Gold. Hier haben wir noch eine Bulle. Hier haben wir einen Schmuckbeutel. Ne, auch nochmal eine Bulle. Und hier nochmal eine Goldbahn. Und hier auch nochmal eine Goldbahn. So. So. Gut. Und dann können wir jetzt hier raus gehen. So. Nochmal. Hoppala. Und jetzt müssen wir hier nicht hinten lang. So. Hier, 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 hier. So. Und hier, und hier, und hier, und hier, und hier. Und dort in dem Waggon. Hier. Ich speichere mal nochmal schnell ab. Hier ist eine Kiste drin. Die werde ich aber jetzt nicht looten. Weil ich will gleich noch ein Glitch Video machen. Da ist ein Schmuckbeutel und Geld drin. Glaube ich. Und ja. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Ich mache jetzt gleich ein Glitch Video. Auf vielfachen Wunsch von euch. Nicht mit Gold, sondern mit Geld. Weil, hat Vor- und Nachteile erklärt gleich im Video. Dauert aber nicht länger. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.